Die Riege der beliebtesten deutschen Schauspieler Heute Abend in Sat.1 Schlagzeile, jugendlicher Mörder mit Baseballschläger am Tatort gestellt. Er hat aber kein Motiv. Ich kann deine Hilfe brauchen. Wäre möglich, dass Sie wissen, wer es ist? Könnte sein, dass Sie ihm sagen, dass ich ihn suche. Mein Name ist Hawk. Hawk, 19.05 in Sat.1 Aber der Oberstaatsanwalt! Das ist er, ja. Ja, ich habe bereits ein passendes Kästchen besorgt, Herr Staatsanwalt. Und außerdem habe ich diesen Knopf am Fuße des Denkmals gefunden. Das ist ja großartig. Da haben wir ja schon allerhand Indizien. Bring doch heute Nachmittag einen passenden Knopf für Papas Mantel mit. Ich weiß gar nicht, wer den verlieren konnte. Aber Herr Staatsanwalt, das ist doch nötig, Herr Staatsanwalt. Da sind wir bei allen gewesen, die einen großen Hund besitzen. Ohne Ansehen der Person. Da müssen wir jetzt auch zu mir also los. Also dieser ist erst mal mein Hund und das ist der dazugehörige Mörder. Der Maulkorb. 20 Uhr in Sat.1 Sommergäste. Prominent ist die Runde im Bamberger Haus im Münchner Louisportal. Interessante Persönlichkeiten im Gespräch. Sommergäste. 22 Uhr in Sat.1 Sie ist tot. Das ist ja zum Fürchten. Ich kann das nicht mehr hören. Mein Herr, wachen Sie auf! Ja, was?